hallo meine lieben leute hier ist der temple master der temple master hat sich eine saftige erkältung eingefangen und deswegen dachte der temple master sich dachte er weist er mal seine zuschauer darauf hin dass die nächsten tage erstmal keine silent 4 replay parts kommen können und zwar also heute kommt noch ein part ganz normal um 16 uhr halt weil ich den hat schon vorher hochgeladen habe aber morgen und die nächsten paar tage wird es wahrscheinlich keine parts geben ich werde erst wieder aufnehmen können wenn ich mich wieder halbwegs fit fühle weil ich will auch nicht die ganze zeit das bringt euch ja auch nichts wenn ich beim spielen total kaputt bin und deswegen werde ich mich jetzt erstmal erholen werde ich ins bett packen mit schönen tee reinziehen und ja in der zwischenzeit könnt ihr eventuell mal ein paar alte sachen gucken von mir die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt oder ihr guckt euch die best ofs an falls ihr es noch nicht getan habt irgendwie sowas ich meine bei 1700 videos da werdet ihr schon ein paar videos finden und ich verspreche sobald ich wieder halbwegs auf den beinen bin und ich mich wieder in der lage dazu fühle werde ich ja silent 4 replay weiter aufnehmen ich denke mal also heute jetzt wo ihr das video seht oder wo ich es aufgenommen habe ist mittwoch wenn ich mich freitag ein bisschen besser fühle oder so oder vielleicht schon morgen aber das glaube ich ja nicht dann ja also frühestens samstag gibt es die nächsten videos frühestens kann es aber noch nicht versprechen ich hoffe ihr habt da verständnis für und ja wie gesagt guckt euch einfach irgendwelche anderen alten sachen an von mir und um euch die zeit zu vertreiben oder guckt euch irgendwelche anderen youtuber an könnt ihr natürlich auch mal oder geht mal raus bei diesem wunderschönen niesligen wetter nein spaß spielt bowling das macht spaß würde ich jetzt auch gerne tun aber geht leider nicht naja ich danke auf jeden fall fürs zusehen ich hoffe ihr verständnis dafür und man sieht sich dann wenn ich wieder fit bin natürlich gibt es heute ein paar aber danach eben nicht mehr also ja was soll's bis dann